Guten Tag zusammen. Wir sind Aliens Best Friend. Ich bin Natalie. Das ist Chris von Aliens Best Friend. Wir kriegen es irgendwie nie hin. Der Wahnsinn breitet sich aus, schamlos. Es ist eigentlich nicht mehr zu ertragen, deswegen muss man dem Ganzen mit ein bisschen Humor entgegenwirken. Aus diesem Grunde möchten wir in einer Sprache Stellung nehmen, die jeder versteht. Die Sprache der Musik. Und der Musik. Lieblingsmusik. Wir hoffen, dass AHA uns verzeihen möge. Und jetzt geht's los. Für immer dumm. Wie bleib ich nur für immer dumm? Ich muss mir ARD und ZDF nur reintun. Dann bleib ich für immer dumm. Für immer dumm. Wie schaff ich's nur für immer dumm? Den Spiegel und die Taz, die lese ich auch noch ganz stur. Dann bleib ich für immer dumm. Fertig? Ja. Okay. Mach ich doch. Tschüss. Ich hab den Wein mit Schokolade abgedeckt. Das musst du erst mal machen. Ich hab den Wein mit Schokolade beandalen.